Dings. Und so. Ah ja. Boah, ich hoffe, dass wenn ich nachher meine Welt zurückbeschauen werde, dass da nicht diese scheiß komische Drachenvieh direkt vor meiner Nase steht. Jetzt habe ich ein Problem. Begrüßungskomitee. Ja, wobei, der Fahrstuhl ist unten. Von daher. Sollte das noch machbar sein. Ja, Jüden doch und so, ne? Ja. Hast du da unten schon alles eingesammelt? Nein, noch nicht. Ah, was will denn der jetzt schon da oben? Wir haben keine Zeit für deine Spielchen, Kollege. Kathedralenrüstung. Warte. Ach so. Der ist ja schon tot, der da rumläuft. Der erste, ja. Oh, fuck you. Klaue. Datenrüstung. Schwarze Feuerbomben. Ähm. Geht. Heil dich mal. Oh ja. Tut kein Mann haben mehr. Alter. Ey. Ich komme an dem noch nicht mal irgendwie vorbei. Äh. Scheißviecher, ey. Hast du da unten alles? Soweit, ja. Was ist das da hin? Ist das auch alt? Ne, das ist eine Schnecke. Dachte grad. Warte, hol doch noch hier ein Item. Da links. Stimmt. Das sind sogar zwei Items. Und das habe ich übersehen dann. Menschliches Harz. Oder? Und Titanitbrocken. Ja gut, da habe ich nur das Harz übersehen, hab so wild. Ja gut, da habe ich nur das Harz übersehen, hab so wild. Hast du deep down? Highlight down. Au. Au. Scheiß deepy. Scheiß rage. Hast du das Item unten eingesammelt? Titanit schuppen, ja. Wer war da jetzt auch nicht? Ne. Dann los, abkürzern. Ich bin frei. Titanitbrocken. Das heißt, es gibt ja gar nichts mehr. Schade. Ne. Fenstergeist. Jo. Oh, jetzt hast du bei mir keinen Animations-Serial-Typ da ist. Ah, jetzt wieder. Hey, das Gute ist, wir sind jetzt am Fahrstuhl, wenn er hoch oder runter fährt, ne? Mhm. Ich hätte so gelacht, wenn ich auch ein Fass gewesen wäre. Was bist denn du? Eine Statue. Mit einer Kerze in der Hand. Bei mir bist du gar nix. Bist ganz normal. Zwei Zweige habe ich noch. Boah, was ist das jetzt wieder, dass du keine Animation bei mir hast, ey? Ne, egal. Legt sie vielleicht gleich weiter, du warst nämlich ganz kurz bei mir. Unsichtbar. Warte mal. Oh, danke. Den will ich aber wieder haben, wenn wir den nicht brauchen, ne? Mhm. Wie viel Ausdauer der auch abzieht, ey. Alter! Boah, 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 boah. Alter, ich hab mich grad für dich geopfert, quasi. Weil ich hab nämlich grad für dich in Uppercut einstecken müssen. Au! Heil dich! Zauberstein, Plattenring, Kathedralen, Retterhelm. Ein Finstergeist wäre jetzt nicht schlecht. Nehmen wir noch kurz Blätten. Naja. Muss denn jetzt noch ein bisschen aufpassen. Ich hab nur zwei Flakons. Mhm. Wird ja auch mies, wenn man jetzt seine... Okay, du kannst... ...Seelen verlieren würde. Als, äh... Hilfe. Weil ich hab 100.000 Seelen gerade bei mir. Oh ja, ich mach ihm gut Schaden. Weg da, weg da, weg da. Weg da, weg da! 2. Phase Ich find's geil, dass sich die Musik dann auf einmal so krass ändert, ey Au Ja, da musst du immer aufpassen Da musst du schön das Schild hochhalten Ah, okay, gut zu wissen Wegrollen Ich benutze gar nicht dein Visier Ja, eh schon Au What? Ey, komm Wenn ich L1 drücke, dann halt auch dein scheiß Schild hoch Alter, ich mach ihm kein Dein Schaden Oh shit da hat noch ein viertel der lebensenergie den packe ich nicht ich habe nur noch zwei erstes naja probier weiter hat am ende auch nicht mehr viel glaubt noch ein erstes oder so habe ich am schluss noch übrig gehabt auch kommen schon Weniger als ein Viertel, nur noch ein Estus. Wenn er nicht so rumhüpfen würde. Schwer, den dann zu treffen. Oder der halt sein Ding jetzt macht hier. Sein Rundumschlag. Ja, da musst du das Schild hochhalten. Och, komm schon. Estus. Lass mich zwischen deine Beine. Danke. Und jetzt die Ausrüstung zu ändern. Also, das wäre echt nice. Oh Gott. Ja, ich hab ihn. Down? Ja. Nice. Boah, ich hatte auch, aber echt nicht mehr viel Lebensenergie. Leg mich fit. Dann kann man halt neu auch raufleveln gehen. Boah, scheiße. Ich hab einen Puls von 140, ey. Leg mich fit. Ja, weil ich hätte gerne noch schnell irgendwie Ausrüstung geguckt, dass ich da schnell Siegbräu oder irgendwie sowas. Was ist das Level bist du? Ähm, ich bin Level jetzt gerade 80. Okay. Aber war auch noch nicht aufgelevelt. Ach so, okay. Ich mein mit aufleveln dann. Das wäre dann 82. Alles klar. Dann bin ich jetzt auch 82. So. Dann gehe ich noch schnell aufleveln. Gerade hab noch kurz nach den E-Mails geguckt, die ich hatte. Seele der Tänzerin. Krummschwert, 2W. Zwei Waffen wahrscheinlich. Mondlich Großschwert. Hm. Oh, halte mal. Was ist das da unten? Jorms Großschild. Alter, Stärke 40. 차�y improms zou hotel. Tänzerin. Krumms schlafen. Alles klar. Alles klar. Will eks. Bis zum nächsten Mal.